Endlich für Abend! Oh nein, nicht schon wieder abgeschlossen. Jetzt würde ich doch so gerne für Abend Blut trinken. Menschen mit Beiträchtigung wollen auch sagen, was sie essen wollen, was sie trinken wollen, ob sie Sex haben wollen oder Medikamente nehmen. Angehörige und Fachpersonen machen sich häufig Sorgen und übernehmen dann die Entscheidungen für Menschen mit Beiträchtigungen. Wir wollen das ändern. Darum haben wir einen Leitfaden gemacht und mit dem können Fachpersonen, Angehörige und Betroffene zusammen an einem Tisch die Entscheidungen besprechen. Wir waren mit diesem Leitfaden schon in mehreren Institutionen. Aber wer ist eigentlich wir? Wir sind Sie Segel! Segel steht für schwierige Entscheid, gemeinsame Lösungen. In diesem Projekt Segel arbeiten Menschen mit und ohne Beiträchtigungen zusammen. Zusammenarbeit und die Entwicklung des Leitfaden hat die Gebertrufstiftung ermöglicht. Wir wollen auch in Zukunft zusammenarbeiten. Wir kommen vorbei mit euch gemeinsam, schwierige Entscheid zu lösen. Wir können jetzt noch buchen, die Fragen dort gelaufen. Vorsicht! Zum Wohl! Ende! вед 可以 heke laser falan Aus dem Untertitelung des ZDF, 2020